Hallo, Gitarre. Gitarre, Gitarre, Gitarre. Gitarre, 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 Gitarre. Gitarre, Gitarre, Gitarre. This is Blantyre, Malawi's commercial capital and home to many. One of Central Africa's oldest cities, Blantyre symbolizes different things to different people. To the missionaries who founded her, she is a symbol of overcome and a testimony of hard work paying off. To the educated few, the city is the target of their dreams, the light at the end of the tunnel. To the rest, the likes of Stonard Lungu who converge on her with their hopes and dreams, Blantyre ends up being an endless nightmare where they spend the rest of their lives scrounging for a living. One of Malawi's most gifted composers, Stonard Lungu, will always be the poor man's messenger and his music a soundtrack to the people's struggle. It's true, Anajita Chowbaya. But this song I played to my brother, Njolokmole, long time ago. Then when the minister comes, he goes back. That's when the police didn't take me, to arrest me. They was just looking, yeah, bad stuff, we don't want you to play Chowbaya. And I stopped. But when the world was playing, they stopped on the radio. When the world was playing, Then they sat down and they asked each other, Is he talking about what he is? Tell him the other, and they said, no, no. Don't take him. Let's go to that. Play Chowbaya, up to now. I'm still going to play Chowbaya. Thank you. Play Chowbaya, up to now. Play Chowbaya, up to now. This brother of mine, you skewered him like a chicken. Jealous of his riches, you skewered him like a chicken. Musik With its very catchy tune, this is one of his most popular songs, since most people think it criticizes the then repressive government of Komuzubanda, Malawi's first president. They also connect to it because it addresses the prevalent habit of jealousy of others' possessions. They also connect to it because it is the most popular song of Komuzubanda. Malawi's first president. Malawi's first president. Malawi's first president. Malawi says so many things. Malawi says so many things. You can hear despair, exhaustion and pain. He's crying in his music. Abula, Abula, Deby, Jo, Mandar Abula, Abula, Deby, Jo, Mandar Schickana, Wapigia, Wurraje, Wurraje Schickana, Wapigia, Wurraje, Wurraje Chichewa Soha What I can say, in English, you say, when I'm going to play, I can say, playing music, because it was Danilo Kachampa, it was Balikula, and they go, and I'm alone, that's why I'm crying, saying, Nibadiyan Thank you very much Nibadiyan 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 Perhaps realizing the burden of his duty of entertaining and informing the masses, Stoneart sang this song when most of his friends had died. As a traditionalist and a staunch critic of digital music, he is also mourning the death of music as an art, the death, according to him, of a glorious era. iser With her goof потом, other people open up to death with music as you can hear me and frank, if she is preparing for music as a sponsor, her lovely mourner to drink and vocalize your heart with music as children with music as kids. If she won a вок or a tote that she is음, she is written in that shape as a kid to live and rude to make music as women and makes makesness to fall. If theTaS erin is sold to live, make her song. She is in bed in the consegueogen 같아서 , and that she is ordered to die for her casual给. In a country where multitudes are losing loved ones to such diseases like HIV-AIDS, the song makes a lot of sense. In a country where multitudes are losing weight. 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 Und das Geheimnis. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 No Guitare, no Lengyter, no 80. No food, see. I'm still playing. I'm out of getting some to assist my kids. Musik 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 Untertitelung des ZDF, Stonodd urges die Sufferers to pray for their worldly wants and God will grant them. But they should not forget that in the end, it's all useless. This song, coming late in his career, captures what life means to him and his peers, an endless circle of joy and suffering where everything and nothing happens. In the early 1980s, in the song which is now playing, Stonodd Lungo predicted his own death. I'll get sick and I'll die a pauper, he said. When I'm dead, you'll buy me worldly things. But my brothers, what am I going to do with these? How am I going to use them? Almost thirty years later, while the nation of Malawi scrambled to keep him alive, Stonodd died of skin cancer and Kaposi's sarcoma. He died a pauper. His music, ageless as the hills, continue to be our soundtrack. This song, this song will be our soundtrack. Musik 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 Ich bin tot, dass wir uns Zeit auf die presse. Ich habe mich erst seit einem ein paar Jahren in der die Stadt. Ich habe mich niemals in der Zeit, um ich nicht wirklich auszuhalten. Aber ich habe eine Tasche, ich war auf die Brille. Ich bin so ein Mann und habe일�cards麻 répond. Ich habe liever gehört, denn ich habe wegen der Herrampen. Ich habe nicht verletahend, denn ich habe dies immer noch viel Sinn. Ich werde das Gute nicht erwarten. Ich habe meine Frau in der Herbst, Zubauch zu machen mit dem ich meine Freundschaft... Ich habe mir nicht gelernt. Ich habe gesagt, dass ich etwas will. Ich habe mich für die Frau. As ihnen anwesert die Familie anbelangt. So haben auch mehr. Mohammed, Mohammed, Gruppe, Es ist ein Lieferungs, Wir sind arme, Wir sind arme, Wir sind arme, Untertitelung des ZDF, 2020 Ich habe mir die Ausländerin gebeten, die ich in die Tür beheben. Ich habe mir meine, die ich in die Tür zu stellen, weil ich mich nicht verletze, weil ich die Tür nicht verletze, weil ich die Tür nicht verletze. Ich habe eine Art von der Tür gebeten, dass ich hier nicht verletze, das ist ein Zambir, weil ich mich nicht verletze, dass ich einen Zambir, Untertitelung des ZDF, 2020 Wir haben die Städte und die Städte und die Städte und die Städte. Wir haben die Städte, die wir in den Städten haben, die wir in den Städten haben. Die Astronauter war auch sehr lange mit einem Abo, das der Barack der Welt. Und das war ja auch die Herzen. Ich habe, wenn ich meine Abo in einer Umgebung herumschwende, das sind mir geäßt. Das war auch schon im Abo, wie sie aus dem Krankenhaus aus dem Abo werden. Die Astronauter war auch nie so, wie viele Arzt. Und da war auch, wenn ich die Umgebung war. Wir haben hier eine große Herausforderung und wir haben hier eine große Herausforderung. Die Kinder und die Kinder werden uns nicht verletzen, das zu tragen. Die Kinder haben die Kinder mit dir gehalten. Wie tut es leid, wir unterstützen es von ihnen. Wir machen die Kinder die brennen, das wollen wir uns nicht verletzen. Die Kinder werden mit dem Jugendlichen geklärt. Das war es so, dass wir uns nicht mehr überlegen, dass wir uns nicht mehr überlegen. Ich habe mich nicht so, dass ich den Weg mit den Kumpeln habe. Ich habe mich nicht so, dass ich mich nicht so. Ich habe mich nicht so, dass ich mich nicht so fühle. Untertitelung. BR 2018